So, herzlich willkommen zurück zu meinem Ultimate Torment in Torture Let's Play und ja, weiter geht's mit Fury of Fire. Ja, da wollten wir jetzt in diese obligatorische blaue Tür und ah, 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 ja, der muss erst mal wieder sich einregeln hier mit dem Blut. Und da ist so ein ekliger Belfall dort drin. Eigentlich kein Thema, aber die halten so viel aus und die haben nicht so viel Munition. Autsch. Du weißt schon, dass das weh tut, ne? So, hier ist ein Pflaster. Oh, jetzt wird Fahrspiel gefahren. Oder auch nicht. Ach, ich weiß, was passiert ist. Ist mir gerade klar geworden. Gut. Das war hier. Los. Hab ich das schon gemacht? Weiß ich gerade gar nicht. Ich bin immer so vergesslich, wenn ich nicht, äh, wenn ich einen neuen Tag Aufnahme beginne. Aber na ja, so. Dann hab ich schon. Ähm. Nein. Ähm. Ja. Wo war jetzt? Hier, genau. Da müssen wir hin. Da war es geschossen. Ganz sicher hat er was geschossen, aber das ignorieren wir, weil wir da eh keine Chance haben. So. Lass mich raten, da brauche ich jetzt den... ...gelben Schlüssel für. Jawoll. Sauber ist das geil. Wo krieg ich den jetzt her? Und wo sollen diese elf Secret sein? Das ist mir auch noch nicht klar. Das ist schon irgendwo hart, ne? So, aber... ...das bringt mir alles nix. Vielleicht muss man da nochmal rein. auch nicht so wirklich, ne? Vielleicht müssen wir jetzt doch zu den Kandidaten darüber. Ich glaube, das wäre natürlich denkbar, wenn wir die mal platt machen, irgendwie. Das ist aber nicht sonderlich einfach. Ich hab kaum Munition dafür. Hm. Wird das eine gute Idee sein. Wird das eine gute Idee sein. Auf mir kann ich sie, glaube ich, besser stürmen. Ja, die sind nicht so... ...praktisch jetzt. Aber was nützt das? Wie ging's denn zu euch nochmal runter? Hier. Ja, genau hier. Oh, ich hab einen sogar. Zwei, wie es scheint. Jetzt hab ich natürlich den überschrieben. Von der knappen Munition. Ob das so toll war, weiß ich auch noch nicht. Aber wir mussten es ja schon gut durch... Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Nein. Das war nicht gut. Nein, nein, nein. Das war überhaupt nicht gut. Das war total mies. Ach, verdammte. Ach. Müsst es hier nicht irgendwo einen Raketenwerfer geben, wenn hier so viele Raketen da sind? So. Ich wäre euch verbunden, wenn ihr ein bisschen Infighting macht. Dazu gehöre ich nicht. Bei der Munition ist ein bisschen knapp. Na ja, schön. So. Ah, die kommen. Sind fertig mit ihrem Kampf. Yeah, beide auf einmal. So muss das. Ah, da ist der Raketenwerfer ja auch schon. Ach ja. Der wäre bei dem Wolfenstein-Level cool gewesen. Und die Supershack natürlich auch. Hätte man echt sich später aufheben sollen. So. Ich denke mal, dass es hier drüben jetzt auch weitergehen wird. Vermute ich einfach mal. Ja, es ist auch ganz cool, wenn wir diesen Raum endlich haben. Denn äh, diesen Gag endlich haben, weil die vier haben doch wirklich schon sehr gestört die ganze Zeit. So. Und dann geht's jetzt hier rein. Oh, mit Affrift schon wieder. Und wir gleich unseren neuen Aussuperquorten-Raketen hier einsetzen. Perfekt. So. Wo ist das andere Miststück? Da drinnen noch. Hab ich genau gesehen, dass da eine Flamme war. Wir schien nämlich durch die Türen durch. So ein Ärger, ne? Aber es ist tatsächlich passiert. Ich stelle dir das mal vor. Oh Gott. Was ist denn da los? Da kommt ein Impfen gedrödelt. Und Munition. Sehr geil. Sollen bloß die ganzen Secrets sein. Mua. Nicht so gesund. Genau. Mach den Zombie platt. Hier ist ein Pflaster. Uah. Was ist denn da dahinter? Sind Zombies? Was? Erstmal den da platt. Das ist ganz wichtig. Und Zombies platt. Mua. Verflucht. Und du noch. Na komm. Stirb. Stirb. Ja. Perfekt. Und du noch. Na komm. Ja. Das ist wichtig dass die weg kommen. So. Ein bisschen Vorarbeit leisten würde ich sagen. So. Zack. So. Langsam voran arbeiten hier. Ich glaube hier kann man sich schön ducken. Das geht dann auch ganz gut. So. Näher dich mal. Au mein Platt. Und da fliegt irgend so ein. Hm. Ja genau die Dinger meinte ich. Ah. Was. Was denn jetzt immer noch. Hier. Da. Meine Güte. Du siehst ja kaum die Teile. Okay. Steuern. Ganz schnell. So. Den muss ich schnell mitnehmen. Das wird es mir nicht irgendwann schlecht gehen. So. Gut. Gut. Hier ist nichts mit zu holen. Doch. Da ist noch was zu holen. Das bleibt da liegen. Das wäre jetzt Verschwendung. So. Schaden genommen habe. Gut. Hm. Vielleicht nehme ich da diese Box. Sind zwar sechs Schuss verplampert. Aber. Ist jetzt nicht so wichtig. Schadkommention. Gibt es eh zuhauf. Oh. Wie sieht das jetzt mit Secrets aus. Ist hier vielleicht was zu holen. An Secrets. Secrets mäßig so. Schauen wir mal. Was ist hier hier irgendwie. Was man hier abstauben könnte. Kann ja. Seien das. Moment. Sieht das aber eher nicht so danach aus. Ne. Moment. Sieht das mehr nach einem Rundgang aus. Was passiert mir wenn ich auf diese Insel da hinten drauf gehe. Vielleicht bringt die ja was mir. Ein. Hm. Er springt natürlich nicht. Irgendwo war doch von alleine heraufgegangen. Genau. Machen wir das gleich. So. Ah. Er springt halt einfach nicht. Das ist ja immer das Schlimme. Wir müssen es auch ohne spring schaffen. Will doch wissen was hier ist. Hä. Was zur Hölle. Ist doch gar nichts. Was. 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 So. Okay. Es ist ein Ort wo ich nicht hin soll. Wie ich. Mal vermute. Gut. Dann halt nicht. Ich. Ah. Das habe ich jetzt gemacht. Auch nicht die. Die haben ja gerade noch gefehlt. Die. Was ist denn das. Wieso hake ich hier irgendwo hake ich da fest. Oh. Nein. Toll. Vielleicht sollte ich auch einfach durchstürmen. Ja. Durchstürmen. Und dann von diesen Viechern weg. So. Gut. Ah. Das kann ich jetzt gar nicht gut gebrauchen. Dass die jetzt. Ah. Ruckel nicht. So. Ist jetzt. Nicht so praktisch. Dass die mit Kugeln schießen. Genau. Kommt her. Das macht mir die Sache einfacher. Oh. Wo war denn der jetzt auf einmal hin. Jawoll. Der kommt hier nach oben rüber. Das ist ja auch nett. Ich glaube der ist tot. Der einer. Oder täuscht das. Ne. Ich glaube das täuscht nicht. Die sind jetzt beide tot. Sehr schön. Boah. Die waren jetzt ein bisschen. Gefährlich. Weil ich nicht so viel. Helf gerade habe. Hm. Ja. So. Speichern nochmal. Und auch mit Gebrüll. Hier durch. Ne. So. Und dann müssen wir zum gelben. Dings zurück. So. Gelbe Dings. Haben wir nochmal wo? Auf der anderen Seite. Irgendwo ne. Ne. Hier schon mal nicht. So. So. Ne. Das ist ganz woanders. Ah. Mal wieder den Rückweg finden. Das ist immer nicht so ganz einfach für mich. Zu bewerkstelligen. Hier. Das ist er. Der Rückweg. So. Dann müssen wir hier rein. Und dann haben wir hier den. Den Weg zur gelben Tür. Und dann können wir hier rein. Und den Herrschaften mal guten Tag sagen. Lass dein Schild fallen. Das brauchst du gar nicht mehr. So. Noch so einer. Hm. Oh. Ich saß grad eng. Nein. Ich hab voll auf sein Schild geschossen. Schon wieder. Ich glaub's ja einfach nicht. Lass dein Schild in Ruhe. Das brauchst du nicht. So. Mir fällt gerade ein, dass da hinten noch Munition war. Aber scheiß drauf. Hier gibt's schon auch welche. Das wär jetzt ein bisschen brutal. Wenn ich da jetzt nochmal zurückgehe. Das mach ich jetzt nur im Notfall. Aber es sind ganz viele Pflaster. Das kommt mir gelegen. Siehste wohl. Hier ist doch noch ein bisschen brutal. Ja. Okay. Ah. Wo sind diese ganzen Secrets? Ah. Ist das verrückt. Ist doch nicht ganz nervös. Die müssen doch irgendwo sein. Okay. Ach du Scheiße. Hm. Das sieht ja auch geil aus. Aber ich könnte mir vorstellen. Dass ich hier nicht mehr zurückkomm, wenn ich hier bin. Das wäre dann vielleicht sicherer, wenn man dann den Stand wegen Aufgrund der Secrets noch mal behält und dann gleich einen anderen Stand speichert. Das ist doch nicht so. Ach. Ein Kampf auch noch. Na lecker. Ja. Dann lassen wir die mal ein bisschen. Schon mal sich. Gegenseitig kletten. Das war eigentlich nicht ganz der Kampfstil den ich mag. Ich kämpfe lieber selber. Aber dann kann ich das Zeug schon mal einsammeln. Wer weiß, was da für Kämpfe noch kommen. Das habe ich schon. So. Okay. Hier ist noch ein Pflaster. Sehr schön. So. Ja. Ich mache das schon. Die sind auch noch Raketen. Was haben wir denn hier oben? Nix. Gut. Gut. Dann müsste ich glaube ich das ganze Zeug haben. So. Dann machst du den Pinky noch mal platter. Na schieß mal ruhig. Du darfst. Du darfst. Das wäre schön gemacht. So. Das ist schon bitter. Und übrig geblieben ist ein Gegner. weil alle anderen sich gegenseitig geblättert haben oh man ja so kann man Munition sparen das ist schon wirklich gemein oah das Blut das mag GZ-Tum überhaupt nicht und der kann nicht mehr viel haben das musst du einsehen so okay das zwiebelt doch die kann man sich wirklich alle gegenseitig plätten lassen da braucht man gar nicht die Munition verschwenden für das sind so eine Töffe das ist echt wahr warum die ganze Munition verschwenden wenn die sich eh alle gegenseitig kaputt machen da bleibt bestimmt gleich wieder nur noch einer über gut gleiche Raster eventuell könnte das anders enden aber schauen wir mal wie der Kampf sich ergibt ah ich glaube da müssen wir mal ein bisschen nachhelfen und gleiche Raster quillt sich nicht gegenseitig sammelt euch mal ein bisschen zusammen genau jetzt schließlich alle was von der Rakete haben so oh oh neben dem zu spawnen ist natürlich auch nicht so praktisch so dann macht mal so okay was kugelschießen ist da nicht bei von daher passt das ja oh ja das ist ja geil dass die sich platt machen ja das ist schön ein bisschen beschleunigungsbedarf ist ja schon noch da ne so aber können wir ja auch gerne es ist ja gerade nun da ich weiß gar nicht dass die Box sinnvoll war ich habe mich durch den Umfall jetzt eingesammelt ich habe mich durch den Umfall jetzt eingesammelt ja jawoll sehr schön kommt jetzt auch noch schön macht ihr das schön macht ihr das ihr wisst einfach wie es geht haha genau holt die vom Himmel holt die vom Himmel das ist genau das richtige ja jawoll so da muss ich jetzt einsetzen ach das war herrlich ok oh wow ungesund sehr ungesund wow wow kam ich Katzenbong war nicht gerade das gesundeste sollte man schön schnell ausschalten was willst du? hau ab zack und das ding noch so oh Gott ich hätte jetzt gerne gespeichert ich hätte jetzt gerne gespeichert aber so viel Zeit habe ich dafür gar nicht hier kann ich speichern so 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 da können wir die wieder arbeiten lassen erstmal wir sind sich hier ganz gut zu beschäftigen momentan oh da greift aber was mich an gerade so wieder speichern großer kampf hier dann könnt ihr auch alleine führen da wird sich nicht mehr viel tun da muss ich selber Hand anlegen weil das ehrlicherweise alles die gleiche Rasse ist nein voll reingelatscht so zack den nehmen wir nochmal mit hier den platt machen so und dann können wir die mal vom Himmel holen hier mh ne so du darfst doch gerne ein bisschen runter kommen damit wir dich besser erwischt zack perfekt jetzt haben wir das gute Miststück da hinten noch und dazu ist auch die Shot so oh yeah oh nicht so super nicht so super so ok jetzt ah nicht fest fahren ja jetzt gehts zur Sache hier haha nein lass mich in Ruhe zack zack so wo ist denn die große Spinne hin ich will mich ja nicht beschweren aber wo ist sie nicht da nicht da sie kommt hatste Angst das ist seltsam irgendwie wo ist die Spinne was habe ich jetzt gebackt dass die Spinne weg ist hm das ist jetzt aber komisch ne wieso ist die Spinne die es mit hier gespawnt ok ok das ist aber jetzt irgendwie leicht scheiße mal gucken ja genau die ja genau die ich möchte die eigentlich mit dabei haben wieso hattet ihr denn die vorher nicht gespawnt das wir hier schon nochmal machen denn das ist mir sonst zu einfach denn wenn sie schon dabei sein soll dann soll sie dabei sein wenn das beabsichtigt ist dass sie da ist dann will ich sie auch da haben fände ich sein dass es jetzt hier backt das finde ich jetzt schon scheiße deswegen mache ich das jetzt nochmal ah das ist doch klar vielleicht muss das blöde Ding da ausweichen die ganze Spinne war nämlich vorher nicht da das war ein bisschen seltsam das war ja so nicht geplant boah schisse so nun aber wirklich hat mich sicherlich mehr Hilfe gekostet und mehr Stress gekostet als die vorige Variante oh deutlich deutlich mehr hat mich das runter gezogen aber wenn die Spinne vorher gefehlt hatte ist das ja auch mal kein Wunder ne so ist sie vielleicht noch ein bisschen Pflaster und die Spinne muss gefehlt haben weil das hätte man ja gemerkt wenn die da gewesen wäre na gut Hilfe ist sie keines mehr aber da ist so so sie ist immer noch 2 von 11 ich weiß nicht wo die ganze Secret sein sollen und ich habe auch das Gefühl dass wir die nicht mehr erreichen ehrlich gesagt aber okay 3 3 das ist ein Argument dich sollten wir schnell mal töten wow mhm scheiße perfekt so das passt so das passt sauber so ok ich glaube ich nehme gerade zu lange auf deswegen werde ich jetzt auch gleich erstmal den Part beenden aber ich glaube auch dass das Level fast zu Ende ist naja gut ähm ich beende jetzt erstmal den Part denn ich habe schon einige Salminuten wieder auf der Nadel ja ich bedanke mich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal bye bye